Ready or not, here I go! Hallo grüß euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Leute, heute ist Sepp, Stögi und Diatrix dabei. Seid mal hallo! Servus! Ja Leute, heute spielen wir eine kleine... also was heißt spielen... Wir machen eine Challenge, und zwar die Waffenaufheb-Challenge. Wir starten nur mit einer Sekundärwaffe, also sehen wir uns in der Runde. So Leute, jetzt sind wir auch schon in der Runde. Ich hab hier... Vater Sorgen am Start. Mir kann ja hier die Wall-Runs richtig geil nehmen, auf der Map. Oh ja, voll. Raphael, erstmal den ersten für Runde. Ich hab den ersten schon. Alles klar. GG. Der erste hat mich. Der erste hat mich auch. Wenn ich jetzt einen gekillt habe, muss ich mir wieder die nächste aufnehmen, oder? Ganz genau. Genau. Also der spielt mit Dingos. Läuft bei mir. Er liegt da oben, rechts. Ja, er hat mich auch. Ich camp jetzt einfach. Ach nee. Die campen gegen uns, weil wir Nahkampf-Waffen spielen. Ja, die ist schön. Ich hab schon. Ich muss ja so Sound hören. Oh shit. Und ich falle... Falle ich von der Map? Falle ich von der Map? Ich versuch's zu evolbern. Ich bin da irgendwo Gegner. Oh mein Gott. Irgendwie find ich keinen mehr. Nee, ich erschlag den Bot. Ich bin 0 zu 2. Und der Slurby. Scheiße. Ich hör zwar einen, aber es kommt irgendwie keiner mehr rein. Das ist richtig schwer. Oh nee. LOL, er springt out of me. Nein, doch nicht. LOL. Digga, die werden sich auch denken, was sind das für Spasten, ey. Schon wieder so ne Apfelglocke. Nein, du. Meine Fresse. Robin. Er spielt mit Benovar. Wie schön ist das. Nein. Ich geh durch. Ey, der hat keine Waffe twoppen lassen, hä. Achso, die nächste muss ich aufheben. Dingo. Naja, einer spielt mit Dingo. Oh, der hat mir einen Arschträger, das freut mich nicht. Maaan. Jetzt hab ich schon wieder der Typ mit der Dingo auf. Ich kill ihn mit der Dingo und hebe seine Waffe wieder auf. Ah, alles klar, Harry. Nein. Fuck. Feinde hacken die Drohne, ich glaub's auch. Was, Feinde hacken die Drohne? Ja, Feinde hacken die Drohne. Die hacken. Nein, 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 maaan. Der hat mir die Drohne gehackt. Ich hebe einfach mal von irgendeinem von euch einen Schädelbrecher auf. Nein. Alles klar, Sepp. Ist out of space. Oder ist der M8. Out of space. Out of space. Dingo, der hört mich nicht. Dingo, der hackt jetzt auch noch meine Condor drauf. Was ist das für ein Typ? Jawoll. Man, kill ich gerade einen. Jungs, was mach ich, wenn der kleine Waffe droppen lässt? Ja, dann. Mit der vorherigen Waffe weiterspülen. Boah. Gott sei Dank hatte ich gerade Kinetik, Alter. Nein, 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 nein. Man, ich hab gerade eine Waffe, du scheiß Spaß, Alter. Dann nur in der Ecke hocken. Digger, ich droppe einen, was willst du, hat? Preisboxer. Ja, da hat der Reiniger und den kann ich leider noch nicht aufheben. So geil, Spezialistenwaffen, so. Ja, ähm. Ich hab eine Drohne, Jungs. Was? So, kein 440. Let's go, Digger. Ich bin tot. So, Dingo, Action. Ja, dann muss ich. Siegt der Lange. So. Nochmal, Dingo, und jetzt bin ich wieder down. Es läuft. Ey, ich find kein Team, Alter. Ja, komm. Nee, ich hab ihn gehabt. Da droppt er noch so'n Feuer-Dings. Nein, ach man, ich hasse das, wenn die immer zu zweit rumlaufen müssen. Mann, er hat einfach bei der Preissbox. Äh, von wo? Alter, so reu dich, Alter, du Buschmensch. Geh zurück in die Baumschule. Wie einfach die Teammates von uns, die Randoms, das auch schon mit Nackenpuffen spielen. Ja, wir machen mit. Ja, wir machen mit. Digger, out. So, Menor ist da. Yo, er ver- hä? Ich hätt ihn noch okay dafür bekommen, aber lass' muss. Ich und Sepp jagen uns. Mann! Jawoll! Jawoll! Errazert weg. Ist am Start. Ich find die Gegner. Ja, ich spiel sie mit schnellem Moment. Ja, ich bin geblendet. Nein, ich bin tot. Ich weiß nicht, wo ich bin. Come on. Sie hoch. Ich hab's ernst, Jungs. Nein. Nein, 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 nein. Warte, haben die Gegner's ernst? Ja. Beim Mitterbauter ungefähr. Nein, Mann! Ich, immer wenn ich ne Waffe habe, verrinke ich dann gleich. Nein, gib mir deine Waffe. Ah, der hatte mir nur. Okay, dann kann ich die wieder nehmen. Ich hab jetzt die ganze Zeit Dingo und Faro. Äh, Dingo und Razorback. Ja, Alter. Aber ich bin tot. Ey, Digger, schluck doch nicht so viel! Läuft bei dir, du abnormale... Danke. Digger, hackst du wieder meine Drohne. Ja, hack die Drohne. Ja, ich hab ihn. Er ist tot, aber keinen Waffledruck fallen lassen, der Trottel. Versteht du? Mann! Ja, tschi tschi, Raketenwerfer, Mann. Mann. Er zockt mit Raketenwerfer. Was ist das für eine Lobby? Über einen Raketenwerfer. Ja, mit einer Rakete drin, Anna. Ein Schuss, ein Treffer. Mann, Alter, ich kill einen. Und dann kommen Leute Trotteln und bringen mich gleich wieder um. Boah, das gibt's nicht. Da steht doch irgendwie da hinten im Spawn. Komm. Nein, er hat nicht. Ja, ich hab ihn. Nein, ich muss nachladen. Ne, jetzt! Was ist mit euch? Die Lingen nebeneinander und dann greizwixen, Alter! Oh, jetzt packt er die Schott gar aus. Ja. Ja, das glaub ich halt auch. Und... Ja, gibt mir keine Waffen. Gibt mir eine Waffe! Doch, Preisboxer. Ja, fix jetzt aber. Oh, Tars, dass wir die Spezialisten haben. Du kannst verkaufen gehen. Soll ich ihm jetzt von da eine Waffe auf? Ach! Ne, er hat schon wieder die LMG. Ich kill immer denselben. Wenn die Tingo ist eh geil. Jawoll. Er hat die Shotgun. Ja. Artillerie, Batterie erledigt. Nein, ich treffe ihn nicht. Alles klar, der hat auch immer. Boah, der hat die geile Blex... Maaaaaaann... Nein. Maaann... Boah, danke, Alter. Derjenige mit Stirm hat mich grad als von den Arsch gerettet. Mann, ey, komm! Wo ist denn der jetzt? Alles klar? Ja, Leute, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Abo da, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Jungs, ihr habt das Schlusswort. See you! Super, das Video vorbei!